Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Kanal und heute wieder Golfit auf einer 40-Schläge-Map, das heißt, es wird wieder getrollt, fax gemacht, dies, das, mit Mirka und André. Schaut euch wieder bis zum Ende das Like und Abo, Leute. Viel Spaß beim Video. Okay. So. Kommentiert was Schönes rein. Let's go. Kommentiert was Schönes rein. Eieiei, bei mir ist, ich bin back to the roots ganz da. Hey, seid beide da hinten. Auch André. Oh, aber dafür war der clean, Digga. Dafür war der clean. Ich hab Kalle rausgebuckst und bin selber reingekommen. Let's go. Oh. Oh. Ah, easy. Drei Schläge, das ist schon schlecht. Ja, du hast mich gedingst da. Gedingst. Genau. So, jetzt mal. Oh, das könnte was werden. Das könnte was werden. Du bist jetzt los. Oh nein. Oh, Baby. Hä, Kalle, warum hast du F gedrückt? Ich dachte, wir machen jetzt Hole-in-One. Das ist eine Hole-in-One-Map, wo man jede in Hole-in-One machen kann. Ach so. Aber es macht keinen Sinn, wenn man dann müßt. Irgendwie nicht. Aber ich hab's getroffen. Alles gut. Ich trebe jetzt. Oh. 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 Wer kann jetzt wild? Ah, ein bisschen doller hättest du reingeschafft. Ach, so cringe. Har. Har. Okay, Freunde. Hier werden wir aber safe nicht viele Schläge brauchen, wenn das so die ganze Zeit geht. Aber das Ding ist, da oben steht 18. Gibt es nur 18? Gibt es nur 18? Ne, ne. Es geht weiter. Hä? Hä? Warum soll das Pär heißen, wenn da kein I ist, Digga? Ohhhh. Woher willst du wissen, aus welchem Land diese Sprache kommt? Aus Spanien. Ja. Hä? Die kommt da unten auch hin. Hier oben ist auch noch. Hä? Das war so traurig. Ich bin so sad an einem Hone in One. André hat drei Schläge gebraucht? Mhm. Cringe. Mein Ziel ist keine grüne, äh, keine grüne Zahl zu kriegen. Bitte. Kalle, wenn du jetzt wieder rein, scheißt. Okay, nice. Oh man, ich hab meine Challenge verloren. Kalle, drei Schläge immer noch nicht drinne. Schaade. Kann man hier drei Schläge brauchen, Digga? Easy. Oh, Melkan, du fett Co. Hä? André, wo bist du gerade hingeflogen? Nee, ich war wieder auf der anderen Welt, Digga. Wo bist du? Digga, oh mein Gott. Sag nicht, du rollst runter. Ich geh in Kalle, nein. Ich wollt ihm grad helfen. Hm. Ich hab dich... Helfen? Ich geb dir die Hilfe zurück. Er wollte helfen, Digga. Helf ihm jetzt. Helf ihm jetzt. Äh, mach ich dir auf Konkern, Digga. Hä? Was war das? Sag, wo ist das Loch, Mann? Das ist... Alles irgendwie da rüber geflogen. Wie geht das? Ich bin auf die Kante draufgeknallt, weißt du, was ich mein? Jaaaa! Tschüss! Wo ist Melkan? Er will mir helfen. Oh! Oh mein Gott. Oh, ich dachte, Kalle trollt ihn jetzt, Digga. Ich hätte jetzt 100% damit gerechnet, dass Kalle ihn trollt. Das wäre auf der letzten... Und das wird komplett im Video immer so sein. Nein! Sagst du? Safe nicht. Ich try hard jetzt. Digga, es hat sich grad gereinnt. Das willst du komplett sein. Nein. Oh, schade, dass ich extra einen Schlag gebraucht habe. Aber ja, Kalle wird auf dem letzten bleiben. So will man... Ähm. Oh! Oh! Hast du First Try gemacht? Ja, Baby! Ja, Mirka machst du die ganze Zeit mit Dings, mit R und guckst überall hin oder mit V oder welchen Knopf man drücken muss. Ja, also V guck den an. Das ist schon schade, Digga. Hat er kurz wo? Das ist schon... Ja, das sind 6 Schläge! Guck nicht auf meine Strokes, okay? Alles gut. Ne, du bist ja Odomannniveau gerade. Ja, ich muss öfter Golf... Oh, das war stark. Boom! Hold and run! Das war stark. Aber halt nur Glück einfach. Ja, hold and run, Digga. Oh mein... Ey! Ey! Ehrenloses Game! Digga, jetzt mache ich hier 3 Schläge in so einer Noobmap, Digga. 3 Schläge in a row daneben. Ja, du hast 6 Schläge, der redet mal nicht. Okay. Wer die meisten Schläge in einer Level schafft, ist der schlechteste und muss irgendwas machen. Challenge. In einer Level Challenge. Oh, okay. Aber das Ding ist, ihr guckt auch immer aufs Sweater mit V und so. Tue ich nicht. Richtig ehrenlos. Hä? Ich hab's nicht. Junge, was ist das für eine dumme Map? Die macht ja ultra-aggressiv. Diese... Da ist einfach Rampe. Guckt euch das an! Ey, ich raste aus. Wirklich. Hau jetzt unten und mal doll. Das geht nicht! Sollte ich das Wissen lehnen? Das ist kaputt. Ich hab's geschafft. Jetzt noch da. Hast du auch geschafft. Aber oben. Echt jetzt? Ja, aber... Wie hast du das denn bekommen, Digga? Hochgeha... Hochgeha... Team Schläge, Digga. Haha, du bist schnell. Das war das dümmste Design, was ich jemals gesehen habe in der ganzen Golf-Hitmap. Okay. Ihr seht... Oh mein Gott, das wäre so schön gewesen. Hold and one Potitional, Digga. Das wäre so schön gewesen, als hätte ich das getrifft. Oh, pfff... Ja, nicht ansatzweise, Bruder. Tschüss. Haha, hm, hm, hm. Ich helf dir mal gern, okay? Nein, 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 nein. Das ist gut. Helf ihm! Junge, okay. André, egal welches böses Blut zwischen uns beiden ist. Ich geh mit... Der du hast 17 Schläge, Junge. Du sweatest ja um dein ganzes Leben rum. Und André ist letzter. Du bist doch einfach Dings nur. Ja, ich bin temporär letzter, weil ich bisschen rumgetrollt hab. Aber du bist letzter, also du bist eigentlich letzter. Das ist noch schlimmer. Ich bin letzter der Herzen. Kalle. Kalle hat doch immer andere Löcher wie wir, ne? Du bist wieder letzter. Was ist mit Löchern? Ja, Kalle, Kalle hat schon Dings. Er hat nebenbei Tutorial Guide auch. Ja, Mann. Hau du shiny, harte Golf mit Löcher. So, ich geh mal. Nein. Nein. Oh, yeah! Let's go! Digga, sorry André. Sorry André. Morning. Unentschieden. Ich kann nie jemanden trollen, weil immer wenn ich trollen möchte, seid ihr erst drin. Ja, weil wir nicht warten halt, ne? Okay. 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 Okay, okay. Okay, okay, okay. Immer noch un-un-unschieden? Un-unschieden. Un-schieden. Un-schieden. Aber Mirkan hat halt einfach 14 Schläge weniger als wir, deswegen kann er ein bisschen rumrollen. Der könnte jetzt 10 Mal Autostroke gehen und es wird einfach niemanden jungen. Ey, es ist halt echt so, er wäre immer noch erster. Ja, Mann. Es wird halt echt so ein Autostroke. Cook Cook Trick Shot Reno. Wieso komm ich halt da hoch? Hä, was machst du da hinten? Aber wieso? Hallo? Oh, es geht los. Ja, okay. Kalle ist wieder letzter, das ist gut. Du bist letzter. Ich bin letzter. Oh nein. Hole in one. Oh Mann. Okay, Ehre. Dann bin ich nicht letzter. Komm, warte. Bitte. Wie machen wir das? Das ist schwer, Digga. Du musst richtig Billard-Logik machen. Ja, Billard. Hey! Schade. Es ist egal. Ich schacke ja trotzdem rein. Er hat noch neun Schläge um dich rein zu hauen. Ne, ich habe ihn ja nicht gesehen auf der anderen Seite. Ja, wir sind wirklich. Es passt. Du bist so reingerollt, ne? Ja, ganz komisch. Einfach zehn Löcher pro Loch. Was? Nein! Nein! Ich glaube, der erzählt von den Filmchen gestern Abend. Zehn Löcher pro Loch. Geiler Film, Bro. Die Löcher pro Loch. Zehn Stück auf einmal. Jetzt im Kino. Jetzt im Kino. Der hat Kalle getrollt und bin dafür Letzter geworden. Schade. Ja. Trollen wird bestraft. Kalle wird nicht mehr trollen, André. Ja, ja. Er will unbedingt... Er will Hauptsache nicht Letzter werden. Ist so. ESL-Golf. Hä? I don't understand this Loch. Ja, das hat doch irgendwie keinen Sinn ergeben, das Ganze hier. Aber ist egal. Oh mein Gott. Das ändert gar nichts, Digga. Was? Bitte. Hol mich da raus. Ich hol dich da raus. Oh, schade, Digga. Nein, ich mach das jeder gut. Nerv nicht. Geh nicht rein. Okay. Geh nicht rein. Bruder, bitte geh rein. Das wird nix, Digga. Egal, immer noch Gleichstand. Video-Idee. Ich hab ne neue Video-Idee. Alle müssen gleiche Schläge haben. Nee, Golfit, aber niemand darf selbst ins Loch rein. Golfit, aber Billiard-Golfit. Das bedeutet, man braucht ja keine Community dazu und der haut jemanden weg. Oder man darf nicht das Loch berühren. Billiard-It. Also man muss, man muss Drogues hinkriegen. Ja. Nein! Wer kann? Beruhig dich, okay? Nee. Ich hab zwei Schlägers gebraucht. Okay, okay. Auf Ehre, Bruder. Ja, man hat voll seine Aggressionen entnehmen. Bruder gehört so. Ja, Bruder. Ah! Ah! Verdammts, Mann. Das war so richtig sad, Digga. Einfach kurz die Kurve gemacht. Ja, okay. Jungs, nur noch drei Unterschiede. Uh! Drei Strokes Unterschiede. Da, äh... Ich bin wieder letzter. Ja, wie immer. Ey, so sad! Jalle, ich bin zuerst! Hallo, André! Unbekannt von mir schon. Hallo, ich bin zuerst! Tschüss! Nein! Oh, Digga. Du bist nur eine Hunde. Ja, okay. Echt? Da war ein Hubbel, Digga! Habt ihr gesehen? Oh mein Gott, André ist dann... Hat gar kein Problem, Kalle. Digga, das ist so unbefriedigend. Oh mein Gott! Oh mein, okay. Also, dass ich André... Jungs, so sad, Digga. Dass ich dich hier noch weit auf den zweiten holen wollte. Was soll ich das machen? Was machst du denn da? Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich hab Kalle getreut einmal, das war schön. Das war schön. Liebes Tagebuch, heute hab ich keine Ahnung. Ey, musst du jetzt hier chillen, oder was? Digga, doch mal. Ey, kurze Frage, wo seid ihr denn? Jo, wo ich hingeflogen bin. Weg. Hallo. Ich will das mal hole in one probieren, weil das ist möglich. Okay, do it. Ich muss hier gegenhauen. Dann hier so. Hier. Oh, das wird echt! Nice, let's go, Digga. Okay. What? Aber ich sag jetzt das nicht, Kalle. Deswegen war Map-Bilder-Name A in de... Krater-Coats in Gollfit. Oh, meckern bitte nicht vor mir. Danke. Ich hab ne Mission. Kalle ist halt immer noch hier, Digga. Digga, nur... Mann, wo ist der? Digga! Oh, das ist so richtig befriedigend. Das ist so unbefriedigend. Das ist so richtig befriedigend. Das ist so richtig befriedigend. Das ist so richtig befriedigend. Das ist jetzt Kalle trollt immer zuerst. Und dann wird er getrollt. Mann! Und dann ne. Und wieder zurück. Bitte wieder zurück. Nein, 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 nein. Digga wieder zurück. Oh, sehr schön. Und Kalle... Boah, was eine Geburt, ey. Das sieht schlecht hier nicht aus, Digga. Das sind vier Schläge. Aber wir haben noch todesviele, Freunde. Wir haben gerade mal 22. Gerade die Hälfte. Entschuldige dich. Entschuldige dich. Ich muss das so probieren. Ich muss über Wand. Hallo Andre. Hallo Kalle. Hier ist waffenfreie Zone. Bedarf man nicht. Einfach grüne Wiese. Sorry. Milkan Haft. Hä? Oh wow, ich weiß es. Ich sag's nicht. Ich hab's. Echt jetzt? Also zwei Schläge, ja. Milkan auch? Milkan hat drei Schläge, ne? Ja, das geht aber fit. Hallo Milkan. Wie wollte ich hier raushauen? Gar nichts. Doch, er könnte nicht raushauen. Bruder! Kampf. Ist er wieder am Anfang? Ja. Ja, Mann! Oh, das ist ne Friedi. Spaß. Was? Ähm, Kalle? Ja. War ein starker Schlag. Der war echt stark, aber ich bin nicht reingekommen. Von daher war Wurf. War Wurf. Weil Kalle hat jetzt ne wilde Zahl, Digga. Es war Wurf. War Wurf. Wurf. Jungs, ihr seht es nicht. Hau den Schwarns. Guck, Andre, guck mir zu. Wenn du es siehst, dann siehst du es. Dann siehst du es. Guck. Hast du gesehen? Ja? Willst du da rein? In das weiße Roll? Boah, das ist wild, Digga. Ich hab's anders gemacht. Ich hab gerade drüber geschlagen und bin reingekommen. Same, same. Ich glaub, dass wir anders sind sehr, sehr gut gewesen. Aber das legendärste Loch hat immer noch Milkan geschlagen, wo er in irgendein anderes Loch reingegangen ist, was es ganz gibt. Wow. Das war krank, Digga. Digga, das war. Wo ich das gesehen hab, Freunde, war ich so derbel motiviert, ne, da war ich nicht dabei. War ich so derbel motiviert, auch Golfe zu machen, weil das war der heftigste Schlag, den ich je gesehen hab. Ah, let's go. Guck mal, Kalle. Und Kalle reingeschissen. Nice. Du wolltest es auch cool machen? Ne, ich wollte es auch cool machen, aber nicht geklappt. Guck mal, langsam aber sicher baut er sich so einen Abstand auf, wie Odomar. Ahaha. Okay, aber wo? Oh, okay, okay, okay. Schwierig, aber möglich. Komm schon. Ah ja, Kalle kann mich nicht mehr trollen, sehr gut. Der war übelst clean. Oh, Baby. Oh, Baby. Na, 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 na. Danke, André. Was? Komm, Wilker, ich gönn dir. Ich wollte dir gönnen. Du hast dich weg. Oh, Kalle kann nicht reinmachen. Das ist traurig. Ich warte noch, vielleicht kommt der Kalle. Kommt her, warte. Oh. Okay, das war fertig, Digga. Eigentlich wirst du ihn doch in Ruhe lassen. Tschüss. When I see you again. Du hast das Travis Scott Event auf einmal, Digga. Ach so. Wo ist Kalle denn hin? Ich weiß nicht. Kalle hab ich dir gar nicht genommen. Schön wär's. Wie hast du denn verkackt, was er vom Loch? Hab jetzt Waffenstillstand. Also sonst sagt Kalle nachher, wir trollen ihn nur noch. Nein, nein, nein. Dass ihn Kalle nie gewinnt. Nein, nein, nein. Bruder. Ich bin das trotzdem noch. Kalle hat eh jemanden getrollt und Kalle hat mich einfach getrollt. Außen nichts. Warum? Ja, das macht er die ganze Zeit. Das war aus Versehen. Ja. Ich schraube ihn an meinen Fernseher. Warum? Macht Bumm und Auto. Ich schwöre aus Versehen. Warte, Wilker. Kalle wird nicht mehr getrollt. Hallo. Du hast Gefängnisfreikarte gemacht bei mir, André. Oh. Weil André sogar auch fast. Ey, das war aber nicht... So ein Ding. Ich glaub den 20 Punkte Unterschied kriegen wir noch hin, Kalle. Zähl ich nicht. Oh mein Gott. Ey, stellt euch eine Map vor, wo in der Mitte ein riesen Loch ist. Und man soll sich rein trollen. Und das kann man easy bauen. Digga, das wär krank. Ne, das mein... Also das mein ich ja als Videoidee aber halt nicht mit einer Map. Sondern... Das wär's. Dass man sich hier trollen muss, weißt du? Ja, guck mal. Man darf sich nur selber nicht reinhauen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ready? Let's go. Okay. Ich bin jetzt Billard. Billardt. Billardtisch. Billardtisch. Ich würde scheiß ruhig mal vordenken. Billardt. Tu's. Neckern. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Guck, das Ding ist jetzt ein Bug, der oft zu golfet ist. Ja, ne? Man schlägt nicht so doll, ne? Spaß, oder? Ich war grad scheiße. Man schlägt nicht so doll, ne? Was meinst du? Ist halt wirklich so. Das hab ich übelst oft. Manchmal haut man richtig doll und das passiert gar nichts. Und dann haut man richtig schwach und dann fliegt man über die ganze Web. Ja, safe. Lüge. Mirkan hat Golfe erfunden, Digga. Deswegen sagt er Lüge. Ist so. Er möchte sein eigenes Produkt verteidigen. Ja, ist so. So. Biotz. Gut, ich kann den Kainz der Löcher machen. Du bist echt eklig unterwegs. Wo ist Kalle? Du hast mich rausgeschossen. Echt? Ich bin so drüber gejumpt über die Mauer. Oh mein Gott. Wie viel Wasser, Wild. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Wild. Das hat Spaß gemacht. So richtig wie der Tagebucheintrag. Ich bin André. Heute haben wir Golf wirklich gespielt. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Und wenn das noch am Start wäre, müsste ich gar keinen Schlag brauchen. Aber gibt es kein Tresor, wäre ich auch reich, Digga. Ist. Würde ich einfach mitnehmen, weißt du, wäre jetzt nicht da. Ist so. Jo, starke Runde von André hier. Richtig reingebirdied. Oh mein Gott, Milka, das wäre die traurigste Geschichte, die jemals dazwischen gefallen, Digga. Das wäre so richtig so. So Zidimini Dion-mäßig. Ja. Zidimini Dion-mäßig. Zidimini Dion-mäßig. Zidimini Dion-mäßig. Oh André! Danke, Digga, korrekt. Zidimini Dion, Digga. Zidimini. Oh mein Gott, Karle, Digga. Kurz reingedippt und wieder rausgedrippt, Digga. Ah, scheiß auf. Oh mein Gott, Digga. Nee, ich geh jetzt in die Küche, ihr könnt mich machen. Das war echt traurig. Zu gut. Kalle hierbei im Dreierclub, Digga. Oh, er ist echt im 100er. Er ist im 100er-Bereich, Digga. Echt? Cringe. Ich hab First Dings gemacht. First Night. Er ist ja kurz Ami geworden. So weißt du, die so aussprechen. So First Mers. Oh. Äh. Jetzt kommt Kalle in Odovan-Modus. Du warst nicht in der Drift, Digga. Meckern. Ich weiß, du willst das tun. Aber nein. Das im Rennen war echt aus Versehen. Ja, das war echt aus Versehen. Du 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 du. Digga. Das war einfach so beide so aufs Loch, Digga. Und am Ende einmal so mit Ellenbogen in die Rippe. So weg. Oh. Oh. Junge Kalle, das war ne wilde. Oh. Das war so ein Cleaner-Schlag. Oh mein Gott, Digga. Wer kam? Oder lohnt sich nicht. Ich guck auf unsere Pumpe. Ich schwör. Oh mein Gott. Hä? Äh, nein. Vor dir nicht, aber fast nicht. Aber du hast auch viel getrollt und geholfen. Nein. Oh, Sad, Matt. Kalle, wo war's? Ich glaub jetzt bin ich Erster. Ich war's an Fortnite. Ich glaub nicht, André. Und 60 FPS. Doch, Digga, glaub ich. Nee, aber Gleichstand. Guck mal, Kalle. Ich dachte, Kalle baut die 20 auf, Digga. Oh, ne, ich kann dir nicht. Ich kann dir nicht helfen. Leider. Ja, Bruder. Egal. Ein, noch zwei Löcher, Digga. Zwei Dings und wir sind Gleichstand. Ich hab gleich viele Punkte. Die gehen einfach beide jetzt out of strokes. Ohne V gucken. Okay. Boah, der war knapp. Der war sad, Digga. Der war sad. Sad. Der hat so mit V geguckt. Der hat immer noch nicht angefangen. Der Schlag war sad. Ah, Digga. André ist sad. Nee, nee, ich hab drei Schläge gebrocht. Du hast bis jetzt einen, Digga. Hey, was hast du gemacht? Boah, Junge. Ich hab einmal aus Versehen geschlagen. Ich wollte noch nicht schlagen. Er wollte mit V gucken, er hat mal geschlagen. Ich hab gerade ausgemacht. Jungs, es ist es. Es ist the way. Bin ich rauf gekommen. Bin drin. All in one. Oh mein Gott, Digga. Stylisch. Nein, wieder nicht drin. Ihr müsst jetzt hole in one schaffen. Wenn ihr nicht schafft, dann seid ihr nicht schafft. Oh mein Gott. André, sag's um nur Mitte. Ja, safe. Wenn dann, denn dann. Wenn dann, denn dann. Okay, easy. Nein! Okay, easy. Nein! Junge. Oh. Digga, ich hab fünf Schläge bis jetzt. Weg, Digga. Oh, wieder zurück. Ey, weil ich es jetzt rein schaffe, ne? Dann hast du automatisch gewonnen. Dann, ich geb die Winner-Krone. Oh mein Gott. Automatisch gewonnen. Hä? Ich hab ihn gegen mein Bein gehauen. Das hat übergegangen. Ey, Leute, dass wir die dreistellige Zahl geknackt haben. André zwar auch am Ende, aber Digga, ne. Übelst traurig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr es hingeschaut habt. Hashtag Golf in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao. Chau!